Prozent Auer was denn Oh Gott A was denn ha geht schon ah nicht gut warte mal da habe ich schon mitgenommen reicht eineinhalb Stacks Holz von Anfang an ja ja krieg ich nicht mehr was mit bis einfach hier in den Biom regnen in den Sandtiom einfach nicht mehr mhm das ist richtig krank das war halt auch beim alten Minecraft immer so nö trotzdem gibt es sonst noch so in der Nähe ach Gott okay wir sind noch mal mit X glaube ich gell ja mit X was mit X ah klar das besser machen ha wo ist denn hä du weh ah da wo bist du ah oh Gott nehmt noch ein paar Kaktische noch mit äh ja man weiß ja nie ja ha erinnerungen an der Schissi ne ja ha aber die brauchen dann sind nicht mitgenommen oh wir sind doch die Beisame Beisame oh lol ich wurde grad richtig weit zurückgesetzt oh oh öö höh und mit was handelnser aua 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 warte mal hier gibt es doch auch gibt es ja nicht die bücherregale doch da bücherregale was ist das hier als was ist das für ein riesenbaum gibt bücherregale oh gosh was ist das denn was ist das für ein riesenbaum hier keine ahnung ich fällt es ist ein dreimal drei baum das zeugt damit erst mal das zeugt damit wir fallen irgendwie kromanzen zu kommen oder etwas zu zaubern glaube ich was ist das rubberwood ich habe erst mal das eine hoffene bildet schon zugebaut wenn wir da jetzt alle drin haben weißt du ich werde mich auch nicht verraten und so ich habe er sich ernsthaft rubberwood was wo bist du eigentlich vom dorf aus nach süden ach wow du hast eine minimap und warum ich bin klar ich zeig mir die minimap ich bin klar ich zeig mir die minimap die ich bin jetzt leckt das aber bei mir dezent leckt er bei mir echt kann den baum nicht mal geschaut abbauen bei mir brauchst du den richtigen bei mir wie spawndest du dann einfach wieder bei mir wie spawndest du dann einfach wieder ja leckt ein bisschen bei mir alter guck mal wie groß der baum da oben wird ja das ist das ist rubberwood pedi wie kriegen wir da rubber aus keine ahnung vom alten Weltkrieg noch so weißt du du darfst ach du darfst nicht nicken pedi das verstehe ja ich hab grad zwei extra damit verpöselt aber wir haben holz ich weiß doch mal können wir es mal verarbeiten ok ich weiß doch mal können wir es mal verarbeiten ja Lisa ist gegangen äh können wir es mal verarbeiten man kann das Holz einfach nur zu Sticks verarbeiten echt woher will ich wissen ich hab's ja mal schön ins Quarkentwerk gelegt ich hab's ja mal schön ins Quarkentwerk gelegt oh Gott wir haben auch so laut aber wir haben keine Fische ja von dem Baum steht immer noch was ist ist egal ok jetzt dann wohin heim oder erstmal ja ok wir brauchen noch wir brauchen noch ah ne wir haben genug Wolle oder? ne wir brauchen noch zwei Wolle wie viel hast du? äh vier ah vier vier wir müssen die Oligin-Cactus mitnehmen oh Gott oh Gott steht ja schon Skelett da standen grad vorhin drei Creeper drin in dem dunklen Fleck ich konnte nicht mehr rennen ich muss es essen ja aber ich hab auch noch nicht da so hat noch ein bisschen Ausschau nach Schafen wie gesagt ich hab ein Hühnchen ich hab ein Hühnchen ah ein Hühnchen kann ich auch nix und ich hab noch ich hab Musik vergessen und ich hab noch das geht aber nichts ich ist eh immer recht nicht nur Jonas nicht die was die Oller über Jonas Niedeln also um Vikings für es mir steht noch Sklappabmung dabei du weißt immer genau wann du nix ha 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 oder Danny na Danny lauter ne doch Vice schützen die die ganze Zeit machen das nur noch etwas ein Wettel ist denn nicht so klug und in der jedes mal drin dass der Hatschicken macht glaube ich nicht mit dem das mit mir schnell an Prozent und so wird und die um Prozent Prozent die 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 und die Kiste dahin jetzt das auch ein bisschen doch gefunden gut ja da kommt noch was was ist das ja noch so war kann haupt auch hier zu erneut nur noch was du da ich habe auch gefunden die kürze über den grünen um ja das ist es weiten wird nur dort die zu machen was macht man mit ihm ja da oben hallo und nur kurz ab Ja. Guck. Ich brauch ne Axt dafür. Das dauert zu Erdlichkeiten. Ach, ich mach jetzt Eisen, muss ich nicht überschmelzen. Mhm. Oh Gott. Äh, ich hab den Stein vergessen, ich war der Idiot. Äh, ich hab den Spitz, den ich hab'baut. Äh, ich hab' den Spitz, den ich hab'n gebaut. Äh, ich hab' den Spitz, den ich hab'n gebaut. Äh, ich hab' den Spitz. So, so, so. So, so. So, das Ding ist abgebaut. Natürlich. So, wof' ich dann? In der Zeit, wo du das gebaut hast, hab' ich, ups, hab' ich kurz mit der Spitz-Age abgebaut. so kann ich nicht hinzunehmen die Lippenraum haben oder nicht ich hab mir mal ich will da drunter setzen oder das geht nicht vielleicht brauchst du drei Platz nach oben warte mal